Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Pathologie-Interessierte, herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Pathologie, Schlüssel zur Krebstherapie. Heute geht es um das Thema Hautkrebs. Experten im Studio sind Herr Professor Michael Tronnier, Chefarzt der Helios Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie in Hildesheim und Herr Professor Karl Friedrich Bürig, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Pathologen. Herr Professor Tronnier, wollen Sie sich einmal unseren Zuhörern bitte vorstellen, welche Expertise verbindet Sie mit dem Thema Hautkrebs? Ja, gern. Mein Name ist Michael Tronnier, ich bin Dermatologe und Dermatopathologe, bin seit über 30 Jahren in der Dermatologie tätig, zunächst an der Universitätshautklinik in Lübeck und seit 2002 in Hildesheim. Ich leite die dortige Hautklinik. Der Hautklinik angegliedert ist seit 2010 ein Hauttumorzentrum, das ist ein Zentrum, welches von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert wird und nach deren Richtlinien Patienten mit Hauptkrebs behandelt werden. Vielen Dank Herr Professor Tronnier. Herr Professor Bürig, einige Zuhörer kennen Sie vielleicht schon aus anderen Folgen unseres Podcasts, einige andere sind aber vielleicht auch erst in dieser Folge dazugekommen. Vielleicht stellen Sie sich auch noch einmal kurz vor. Mein Name ist Karl Friedrich Bürig, ich bin seit 44 Jahren in der Pathologie tätig und Facharzt für Pathologie. Vor 30 Jahren, 1991, bin ich nach Hildesheim gekommen und habe das dortige Institut seither geleitet, das auch überregionale Versorgung gewährleistet. Dieses Institut in Hildesheim war mit vielen Zentren, Krebszentren der Deutschen Krebsgesellschaft assoziiert. Insofern ist das ein Gebiet, in dem ich durchaus zu Hause bin. Ich war immer berufspolitisch aktiv und im Rahmen dieser Aktivität bin ich seit fünf Jahren Präsident des Bundesverbandes Deutscher Pathologen. Vielen Dank Herr Professor Bürig. Nur kurz zur Information. Die meisten Fragen in dieser Folge wurden uns vom Melanom Info Deutschland MED e.V. nach einer Mitgliederumfrage zugesandt. Denn MED e.V. finden Sie leicht im Internet, wenn Sie nach Melanom Info Deutschland suchen. Bevor wir zu den Fragen der Patientinnen und Patienten kommen, vielleicht noch einige allgemeine Fragen zum Thema Hautkrebs. Herr Professor Tronnier, was genau ist Hautkrebs? Was passiert in der Haut? Welche Hautschichten sind eigentlich betroffen? Es gibt ganz unterschiedliche Hautkrebserkrankungen. Man unterscheidet grob den hellen und den schwarzen Hautkrebs. Es gibt aber auch noch viele andere Hautkrebserkrankungen, die aber weit seltener vorkommen. Die genannten Krebsformen der Haut, also der helle und der schwarze Hautkrebs, betreffen jeweils die Oberhaut. Die Oberhaut ist die alleroberste Schicht der Haut und etwa nur 0,1 Millimeter breit, also wirklich ganz an der Oberfläche. Dort befinden sich die sogenannten Stützzellen der Oberhaut. Dort entsteht der helle Hautkrebs. In der untersten Schicht dieser dünnen Oberhaut finden sich die Pigmentzellen und aus den Pigmentzellen entwickelt sich der schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom. Danke, Herr Professor Tronnier. Herr Professor Bürig, ein Thema beim Hauptkrebs sind durchaus Metastasen. Wenn Sie das mal erläutern wollen, wie häufig kommt das vor? Wie gefährlich ist das? Wie wahrscheinlich sind Metastasen bei Hautkrebs? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hautkrebs metastasiert, ist zum einen davon abhängig, wie Herr Tronnier ja auch ausgeführt hat, ob es sich um einen weißen oder um einen hellen Hautkrebs handelt oder um einen schwarzen Hautkrebs. Der helle Hautkrebs, von dem es zwei Arten gibt, das Stachelzellkarzinom, das eine bestimmte Schicht in der Haut nachahmt und das Basalzellkarzinom, das ebenfalls eine bestimmte Schicht in der Haut nachahmt, die sind vor allen Dingen gefährlich durch ihr lokales Wachstum. Also bei ungünstigem Sitz, im Augenwinkel, an der Nase oder an anderen Stellen kann es schon mal sein, dass man dadurch bei einem fortgeschrittenen Tumor auch komplizierte und für den Patienten auch belastende Eingriffe machen muss. Aber Metastasieren tun diese Tumoren eigentlich entweder gar nicht, wie das Basalzellkarzinom oder spät, wie das Stachelzellkarzinom, das natürlich gerne auch einmal in die regionären Lymphknotenabsiedlungen setzt, Metastasen. Aber insgesamt ist das ein seltenes Ereignis und da man das ja auch leicht erkennen kann, dass an der Hautoberfläche sich ein Prozess entwickelt, kann man eben durch eine entsprechende operative Entfernung des Prozesses auch vorbeugen. Anders ist es beim malignen Melanom, beim schwarzen Hautkrebs, bei dem es so ist, dass oft auch nur sehr kleine Tumoren, die noch nicht sehr weit fortgeschritten sind, in der Lage sind, Metastasen zu setzen. Das kann einmal sein in der Haut, dann bilden sich kleine Herde in Nachbarschaft des Primärtumors, des eigentlichen Fokus oder aber das kann auch sein in Form von Absiedlungen in die Lymphknoten. Um das zu erkennen zum Beispiel, würde man bei einem Patienten mit einem malignen Melanom auch den zugehörigen Lymphknoten im Abflussgebiet des Tumors, also zum Beispiel beim Sitz am Oberarm in der Achselhöhle oder beim Sitz am Oberschenkel in der Leistenbeuge, würde man den zugehörigen Lymphknoten, den man auch erkennen kann. Das macht der Dermatologe oder der Chirurg dann entfernen, um zu fragen, ob da eine Metastase ist. Insgesamt ist es aber schon abhängig davon, wie weit sich ein Tumor ausgebreitet hat, um zu sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er metastasiert. Vielen Dank, Herr Professor Bürich. Herr Professor Tronnier, was weiß man denn über die Ursachen? Also allgemein bekannt ist ja glaube ich, dass Sonnenstrahlung, übermäßige Sonneneinstrahlung eine Ursache sein kann. Gibt es denn, was ist dazu zu sagen und gibt es noch andere? Ja, es gibt eine Reihe von Ursachen für die Entstehung des Hautkrebses. Wenn wir nun zunächst einmal vom Melanom ausgehen, ist die UV-Belastung sicherlich ein Problem. Dabei muss man sagen, das UV-Lecht setzt sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammen. Es gibt kurzwelliges und längerwelliges Licht und gefährlich ist vor allen Dingen das kürzerwellige Licht, also das UV-B. Das ist die Wellenlänge, die auch den Sonnenbrand verursacht. Und man weiß, dass die Anzahl der Sonnenbrände, insbesondere auch in dem Kindesalter und frühen Erwachsenenalter, mit dem Risiko korreliert, später an einem Melanom zu erkranken. Also ein klarer Zusammenhang einer Sonnenbelastung. Andere Melanom-Formen hängen weniger mit Sonnenbränden zusammen, sondern vielmehr mit der Gesamtdosis. Also die Melanome, zum Beispiel in der Gesichtshaut, da ist entscheidend die Gesamtdosis über die gesamte Lebenszeit. Also beides ist somit wichtig. Man muss eben darauf achten, dass man eben keine Sonnenbrände kriegt, insbesondere im frühen Kindesalter. Und aber eben die Gesamtbelastung der Haut sollte auch möglichst gering gehalten werden. Das ist das UV-Licht. Und auf der anderen Seite steht natürlich eine genetische Belastung. Wir wissen, dass das Risiko an einem Melanom zu erkranken deutlich erhöht ist, wenn im unmittelbaren Umfeld, also im verwandten Umfeld eine Melanom-Erkrankung bekannt ist. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass ja auch der Hauttyp und die Sonnenempfänglichkeit vererbt wird. Das heißt, hellhäutige Menschen vererben ihre helle Haut auch an ihre Kinder weiter, sodass die Sonnenempfindlichkeit und das Sonnenbrandrisiko erhöht ist. Ein weiterer Faktor, der für uns als Dermatologen besonders wichtig ist, ist die Frage nach den Pigmentflecken. Wir wissen, dass die Anzahl der Pigmentflecken, insbesondere der auffälligen, der größeren Pigmentflecken korreliert mit dem Melanom-Risiko. Das heißt, je mehr Flecken, desto höher das Risiko. Diese Pigmentflecken können aus der Gutartigkeit in die Bösartigkeit sich umwandeln. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass praktisch das Melanom auf unbetroffener Haut entsteht. Und beide Szenarien finden wahrscheinlicher statt, wenn der Mensch viele Pigmentflecken trägt. Vielen Dank. Also man kann durchaus festhalten, dass UV-Strahlung, also Sonneneinstrahlung, die Hauptursache für Hautkrebs ist. Von der Disposition, der genetischen Disposition, naja nicht abgesehen, aber korrelierend zur genetischen Disposition, ist es hauptsächlich die Sonneneinstrahlung oder kennt man andere Ursachen? Herr Tronier. Also mit der Sonneneinstrahlung, es gibt ja Menschen, die vertragen Sonnenlicht ausgesprochen gut und wir unterscheiden, das hatte ich kurz erwähnt, unterschiedliche Hauttypen. Man teilt die also ein, zum Beispiel der irisch-keltische Typ, das ist Hauttyp 1, das sind die ganz besonders lichtempfindlichen Menschen, die, wenn sie in die Sonne gehen, bereits nach kurzer Zeit eine Rötung zeigen, die eigentlich nie braun werden. Und das sind Menschen, die natürlich ein besonders hohes Risiko haben. Da spielt das UV-Licht eine große Rolle. Bei den mediterranen Hauttypen, Hauttyp 3 zum Beispiel oder sogar Hauttyp 4, das sind Patienten, die ein relativ geringes Melanom-Risiko haben. Und wir wissen zum Beispiel aus den afrikanischen Ländern oder asiatischen Ländern ist die Melanom-Erkrankung deutlich seltener. Das ist sicherlich genetisch bedingt, aber eben auch Hauttyp bedingt. Und die Patienten kriegen ganz andere Melanome, heißt Melanome an anderen Körperregionen, zum Beispiel an Handflächen und Fußsohlen. Das ist bei uns in Mitteleuropa eher selten, kommt natürlich vor, aber in diesen Ländern ist das mit die häufigste Lokalisation. Herr Professor Böhrig, können Sie denn was dazu sagen, wie gefährlich Hautkrebs insgesamt ist? Wie gut sind die Überlebenschancen? Also besteht überhaupt Todesgefahr, sage ich mal? Und wie ist das abhängig vom Stadium der Diagnose? Das kann man nur schwer pauschal beantworten. Wir hatten ja schon gehört, dass es verschiedene Hautkrebsarten gibt, die auch unterschiedlich gefährlich sind. Einmal der weiße Hautkrebs und dabei besonders das Basalzellkarzinom, das macht eigentlich nur lokale Komplikationen. Also wenn Sie einen solchen Tumor auf der Lidhaut haben oder im Augenwinkel und er muss operativ entfernt werden, ist das ja ein komplizierter kosmetischer Eingriff. Denn ein solcher Tumor muss auch im Gesunden entfernt werden, damit er an dieser Stelle nicht weiter wächst und wachsen kann. Das Plattenepithelkarzinom kann metastasieren, aber wie schon einmal ausgeführt, da diese Tumoren ja relativ leicht zu erkennen sind, kann man sie auch gut entfernen, bevor sie in ein Stadium geraten, wo sie metastasieren. Das ist beim malignen Melanom ganz anders. Das malignen Melanom ist oft nur ein kleiner Tumor, wenige Millimeter dick und trotzdem ausgesprochen gefährlich. Diese Tumoren werden eingeteilt nach Stadien der UICC, das ist die Europäische Vereinigung für Krebserkrankungen. Da gibt es bestimmte Definitionen, wie groß ist ein Tumor, wie viel Millimeter, wie weit in die Haut ist er vorgewachsen und danach wird das klassifiziert und dann kann man Gruppen bilden und etwas über die Prognose sagen. Aber das ist immer nur für die Gruppe und eigentlich nicht für ein Individuum. Jeder hat sein eigenes individuelles Risiko. Man muss auch sagen, die Überlebenschance ist natürlich auch abhängig von den therapeutischen Möglichkeiten, die wir haben. Und hier ist erfreulicherweise zu berichten, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren sich also Enormes getan hat, während vor zehn, 15 Jahren ein Patient mit einem Melanom, welches im Körper gestreut hat, sicherlich eine sehr ernstzunehmende Prognose hatte, stehen uns jetzt Medikamente zur Verfügung, mit denen wir auch solche Situationen beherrschen können. Das ist etwas, was unter dem Begriff personalisierte Medizin fällt, weil man mithilfe bestimmter Methoden, pathologischer, molekular-pathologischer Methoden, also auch in der Dermatopathologie, diese Veränderungen in den Tumoren erkennen kann. Und weil es bestimmte Medikamente gibt, die dann gezielt wirken, das ist, und da sind wir wieder bei unserem Namen, der Schlüssel zum Schloss. Und wenn dieser Schlüssel schließt, dann kann man den Patienten entsprechend behandeln. Kann man das grob beziffern, sozusagen, wie sich das in den letzten zehn bis 15 Jahren verbessert hat? Gibt es da Prozentzahlen? Oder was wäre so Ihr Eindruck, verdoppelt, verdreifacht, die Überlebenschance? Also das ist wiederum, wie vorhin schon angesprochen, natürlich abhängig von der ganz konkreten Situation des Patienten. Aber man muss, oder man kann sagen, dass die Ansprechraten sich verfünft bis verzehnfacht haben durch diese Medikation. Also ganz enorm verbesserte Prognose durch diese neuen Medikamente. Das sind ja eigentlich gute Nachrichten. Wir kommen mal, wir gehen mal weiter zum Thema Pathologie allgemein. Herr Tournier, vielleicht auch an Sie diese Frage, Herr Bürg, ergänzen Sie gerne. Wie genau geht man jetzt beim Thema Hautkrebs in der pathologischen Untersuchung vor? Zunächst, wenn man die Operation abgeschlossen hat, geht es darum, welche Art der Untersuchung nun ansteht. Wir unterscheiden unterschiedliche Untersuchungen. Es gibt Schnellschnittuntersuchungen, die, wie der Name sagt, eben schnell durchzuführen sind, sodass der Patient nach Erhalt des Ergebnisses entsprechend weiter operiert werden kann. Das ist eine Gewebediagnostik, die nach Einfrieren des Gewebematerials stattfindet. Das Präparat wird eingefroren, eine Scheibe wird entsprechend erstellt, gefärbt und beurteilt. Die Regel ist aber, dass das Gewebematerial eben in eine Fixierungslösung gegeben wird und dann entsprechend ins Labor zur Verarbeitung gegeben wird. Ergänzend kann man noch sagen, dass etwas, was weich ist, wie die Haut, nur schwer zu schneiden ist und insbesondere in kleine Scheiben und dünne Scheiben, die man ja braucht, um das mikroskopisch zu beurteilen. Darum, wie Herr Tournier gesagt hat, einmal die Methode, um etwas einzufrieren, dann ist es hart und man kann etwas von der Oberfläche abhobeln. Und der andere Weg ist, die Gewebsprobe ins Paraffin zu bringen. Und nach der Fixation in Formalin, also der Methode, mit der man Gewebe dauerhaft haltbar machen kann, muss die Probe entwässert werden. Und nach der Entwässerung wird sie über entsprechende organische Lösungsmittel in Paraffin gebracht und das Paraffin härtet aus. Und wenn das Paraffin ausgehärtet ist, dann kann man wieder mit einem Messer, man kann sagen, etwas flapsig wie bei einem Carpaccio, wenn etwas gehärtet ist, sehr schön dünne Scheiben abhobeln. Ein guter Schnitt für die Mikroskopie hat eine Dicke von 5 µ Metern. Das ist also wirklich dünn. Und dann wird das Ganze auf Objektträger, auf Glasplättchen gebracht und kann nach einer weiteren Behandlung auch gefärbt werden mit ganz unterschiedlichen Farbstoffen und dauerhaft haltbar gemacht werden, indem über das Präparat ein feines Glashäutchen gezogen wird. Und wenn man diese Präparate lichtgeschützt aufbewahrt, dann kann man noch nach vielen Jahren an diesen Präparaten mikroskopieren. Ja, vielen Dank, Herr Professor Börig. Da schließt sich vielleicht die Frage an, was wird eigentlich mit den Proben gemacht und wie lange werden oder können sie aufbewahrt werden? Die Schnittpräparate, die histologischen Schnitte, die Objektträger werden genauso wie Röntgenbilder lange aufbewahrt und dokumentiert. Da gibt es auch entsprechende gesetzliche Vorschriften, wie lange die aufbewahrt werden müssen. Die Paraffinblöcke, das ist der eigentliche Schatz in dieser Angelegenheit, die sollen nach den Empfehlungen der Deutschen Krebsgesellschaft für Hautkrebszentren mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden. Das hat sich im Nachherein als außerordentlich gut erwiesen, denn an diesen alten Präparaten, wenn ein Patient kommt mit Metastasen nach langer Zeit, an diesen alten Präparaten kann man diese Untersuchungen machen für die personalisierte Medizin. Also um das Medikament zu finden, das wie der Schlüssel ins Schloss passt und seine Wirkung entfalten kann. Und darum ist es sehr sinnvoll, Paraffinblöcke lange aufzubewahren. Ja, Herr Professor Tornier, da schließt sich im Grunde gleich die Frage an, was passiert eigentlich genau beim Mikroskopieren? Was sieht der Pathologe unter dem Mikroskop und wie stellt er seine Diagnose? Ja, wir mikroskopieren dann diese hauchdünnen Schnitte, wie Professor Böhrig eben beschrieben hat, auf so kleinen Glasplättchen unter dem Mikroskop. Und die einzelnen Kriterien, woran wir tatsächlich dann erkennen, ob es sich um einen Hautkrebs handelt oder, sage ich mal, um einen harmlosen und gutartigen Pigmentfleck, sind sehr unterschiedlich. Das ist etwas, manche Dinge lassen sich sehr einfach erkennen, sehen wir auf den ersten Blick, dass es gutartig oder eben auch bösartig ist. Aber, und dafür brauchen auch die Diagnostiker, Dermatopathologen und Pathologen eben viele Jahre und viel Expertise, um die wirklich komplexen Tumoren dann gut beurteilen zu können. Und da gibt es nicht einen Grund, warum eine Bösartigkeit vorliegt, sondern eine Vielfalt von verschiedenen Kriterien, sei es die Zellveränderung an sich. Also wir gucken uns einzelne Zellen an, sehen die Bösartigkeit aus, haben die eine Teilungstendenz, was wir von einem bösartigen Tumor ja fordern. Wie ist die Architektur des Tumors? Ist das gleichmäßig, ist das ungleichmäßig? Und Sie können sich denken, Ungleichmäßigkeit spricht eher für Bösartigkeit, für ein ungleichmäßiges Wachstum. Und wie dringt der Tumor in das Gewebe ein, werden bestehende Strukturen zerstört? Also wir schauen nach einer ganzen Menge von verschiedenen morphologischen Kriterien, um dann diese Einzelkriterien wieder zu sammeln und zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Man kann das ergänzen, Dermatopathologen und Pathologen sind Musterfinder. Sie lernen in ihrer Ausbildung Muster zu erkennen, also das Muster eines malingenden Melanoms, das Muster eines Plattenepithelkarzinoms. Und ganz wesentlich, ich möchte es nochmal betonen, Herr Trondier hat es schon gesagt, ist natürlich der Unterschied zu dem Muttergewebe. Sie können erkennen, ist das unveränderte Haut oder welcher Prozess läuft hier in der Haut ab. Und wie ähnlich ist der Tumor seinem Muttergewebe? Das Plattenepithelkarzinom der Haut lässt sich darum auch leicht erkennen, weil es eben die Hautoberfläche nachahmt und auch verhornt zum Beispiel. Und dieses lernt man, das ist ein langwieriger Prozess. Dermatopathologie und Pathologie sind angewandte Wissenschaft, aber man muss eben lernen, wirklich Muster zu erkennen und auch parat zu haben. Und das beruht auf Erfahrung. Also es ist auch eine Erfahrungswissenschaft. Eine Frage hat uns erreicht, auch von den Patientinnen oder noch eine Frage, die vielleicht viele intensiv beschäftigt. Warum dauert es so lange, bis man ein Ergebnis bekommt, dass es bestimmt auch von Mal zu Mal unterschiedlich. Woran mag das hier und da liegen, Herr Professor Trondier? Ja, ich glaube, zum Teil haben wir diese Frage schon beantwortet. Sie haben gehört, wie kompliziert auch die Aufarbeitung ist, wie kompliziert die Befundung sein kann. Dazu kommt noch gelegentlich der Postversand, wenn in irgendeiner Praxis Gewebe entfernt ist und das dann in ein entsprechendes Institut geschickt werden muss. Und bei der Befundung ist es so, dass wir jetzt immer nur von den Routineuntersuchungen ausgegangen sind. Diese Färbung, die wir machen, ist erstmal eine Routinefärbung. Sollten dann zur Diagnosefindung weitergehende Untersuchungen erforderlich sein, erfordert das eben auch Zeit. Und das ist nicht immer nötig, aber gelegentlich und dadurch verzögert sich dann auch natürlich die Diagnosestellung. Man kann noch ergänzend sagen, richtig ist besser als schnell. Das gilt in jedem Falle auch hierbei. Bei der Schnellschnittuntersuchung bekommen Sie die Antwort binnen Minuten. Da vergehen 10, 15 Minuten, bis Sie eine Antwort auf die Frage bekommen, ist der Resektionsrand an dieser Stelle im Gesunden oder nicht. Das geht ganz schnell. Und histologische Untersuchungen brauchen eben auch, weil das nach Stufen abläuft, zusätzliche diagnostische Hilfsmittel, die man einsetzt, aber sicherlich kaum mehr als eine Woche. Der Rest sind Postlaufzeiten, Terminvergaben beim Dermatologen, der dem Patienten den Befund erklärt. Also gemessen daran, wie viel es dauert, sind histologische Untersuchungen in der Regel schnell. Kurze Begriffserklärung noch. Resektionsrand heißt genau was? Das ist die Grenze des Präparates, das entnommen worden ist, um zu klären, ob diese Grenze wirklich im gesunden liegt. Ob der Basalzellkarzinom, ob das malingende Melanom an dieser Stelle nicht über das Präparat hinaus wächst. Das würde man nicht gerne haben, denn dann ist der Keim gelegt, dass der Tumor wiederkommt. Herr Professor Tronnier, gibt es denn für Kliniken ein Verzeichnis, welcher Pathologe welche Krebsart untersucht, wohin diese ihre Proben schicken können oder wird sie dahin verschickt, wo freie Kapazitäten sind? In der Regel hat jede klinische Einheit, auch jede Praxis hat einen kooperierenden Pathologen oder Dermatopathologen, mit dem die jeweilige Institution zusammenarbeitet. Das heißt, die Kooperationspartner sind gleich und aufeinander eingespielt und in der Regel schicken die Kliniker dann auch immer dorthin. Gelegentlich kann es mal sein, wenn ganz spezielle Fragestellungen sind, dass dann das untersuchende Institut das Gewebematerial nochmals weiter verschickt. Das ist aber eher die Ausnahme. Herr Professor Börig, wer entscheidet, welcher Pathologe Präparate von Hauttumoren untersucht? Oder anders, wann werden Dermatopathologen dazu geholt? Entscheidend tut das letztendlich derjenige, der die Gewebsprobe oder die Biopsie entnimmt. Der hat einen Pathologen oder einen Dermatopathologen seines Vertrauens, so kann man das sagen, und dem schickt er diese Probe. In der Ausbildung zum Pathologen gehört die Dermatopathologie als essentieller Bestandteil dazu. Also jeder Pathologe ist in der Lage, dermatopathologische Befunde zu erstellen. Aber es gibt eine besonders gute Korrelation von vielen Erkrankungen zwischen dem klinisch tätigen Dermatologen und dem Dermatopathologen. Und so wie das bei Professor Trunier ist, ist das eine besonders günstige Kombination, Dermatologe zu sein und gleichzeitig Dermatopathologe. Weil sich vieles, viele Hauterkrankungen, die jetzt hier in unserem Podcast keine Rolle spielen, sich erst erschließen, wenn man gut auch die Klinik dazu kennt. Das gilt aber für die Tumoren nur eingeschränkt. Also nebeneinander Dermatopathologen, die einen Teil der Ausbildung eines Pathologen durchlaufen. Und Pathologen sind beide Arztgruppen prädestiniert dafür, Hauttumoren zu untersuchen. Herr Professor Trunier, bekommt die Pathologie die Probe schon mit einer Voreinschätzung? Also beispielsweise, ob das entfernte Muttermal vermutlich gut oder bösartig ist? Schaut man genauer, wenn der Dermatologe schreibt, vermutlich ein Melanom? Ja, das ist die Regel, dass der Kliniker, also derjenige, der die Gewebeprobe entnimmt bzw. die Operation vornimmt, eine Verdachtsdiagnose äußert. Das fordern wir, dass die auf dem Einsendeschein auch vermerkt ist. Und je genauer er den Befund beschreibt und je präziser seine Einschätzung ist, umso leichter haben wir dann auch das klinische Bild mit dem pathologischen Bild zu korrelieren. Also er gibt an, glaubt er, dass als Muttermal gutartig ist oder bösartig ist. Das ist dem Einsendeschein in der Regel zu entnehmen. Und natürlich sind wir besonders aufmerksam, wenn der Dermatologe schon schreibt, das sieht nicht gut aus, das sieht verdächtig aus und das könnte ein malignes Melanom sein. Und insbesondere deswegen ist das von Relevanz, weil wir wissen, ich hatte das anfangs auch gesagt, dass im Bereich einer Gutartigkeit auch eine Bösartigkeit entstehen kann. Und wenn nun im Rahmen der Aufarbeitung zunächst der gutartige Anteil nur angeschnitten ist, weil wir schneiden das Gewebestück ja, hatten wir gesagt, in Scheiben auf, dann sehen wir in erster Linie eine Gutartigkeit. Wenn der Kliniker aber klar sagt, schaut da noch mal genau hin, das hatte zwei unterschiedliche Anteile, dann werden wir sehr genau diesen Gewebeblock aufarbeiten und schauen, ob dort noch andere Anteile da sind. Also das spielt schon eine große Rolle, ja. Also man kann tatsächlich festhalten, dass die Vorteile, die denkbaren Nachteile überwiegen. Also sie werden durch die Diagnose des einschickenden Arztes nicht, sind nicht vorbelastet oder entwickeln Vorurteile oder? Ja, das ist eine gute Frage und ein wichtiger Punkt. Man ist, wenn man auf die Verdachtsdiagnose guckt, in der Tat voreingenommen. Man sollte das Präparat eigentlich immer zunächst ohne Blick auf die Diagnose angucken, aber natürlich vor der abschließenden Beurteilung die Verdachtsdiagnose sich noch angucken. Die Einsender schicken bei uns auch nicht selten klinische Bilder. Das heißt, der Pigmentfleck wird fotografiert und wird digital oder mit einem anliegenden Foto ausgedruckt und übersandt. Das hilft enorm weiter. Und wir hatten das eben angesprochen bei den entzündlichen Dermatosen, wo es ganz besonders wichtig für uns Dermatopathologen ist, das klinische Bild zu kennen. Gilt das Gleiche, dass wir oft Bildmaterial kriegen, beziehungsweise in der Klinik gehen wir auf die Station und schauen uns den Patienten an. Und dann kann man wirklich beide Dinge, die Makromorphologie mit der Mikromorphologie korrelieren und kommen zu einem dann wahrscheinlich besseren Urteil, als wenn man die Klinik nicht gekannt hätte. Herr Professor Bürich, wie beurteilen Sie das denn? Ist es eigentlich egal, wie alt das zu untersuchende Gewebe die Gewebsprobe ist oder kommt es da auch auf Frische an? Also eine entnommene Biopsie, eine entnommene Gewebsprobe, ein Resektat, das sollte möglichst so schnell wie möglich dauerhaft haltbar gemacht werden. Also durch eine Fixationsflüssigkeit, das ist bei histologischen, bei feingeweblichen Untersuchungen üblicherweise Formalin, Formaldehyd, mit dem das Gewebe fixiert wird. Wenn das ordnungsgemäß stattfindet, dann kann man, indem man, wie ich das vorhin versucht habe zu erklären, die Probe ins Paraffin bringt, diese praktisch unbegrenzt haltbar machen. Also es gibt aus den Anfängen der Histologie ganz alte Paraffinblöcke von einem Wissenschaftler aus London, die kann man heute noch schneiden und ansehen und färben. Das ist alles möglich, also man kann das wirklich lange aufbewahren, aber immer dann, wenn es nicht ordnungsgemäß fixiert ist oder eine falsche Fixationsflüssigkeit oder aber nativ gelassen wird, also unbehandelt gelassen wird, dann vergeht nur kurze Zeit, bis die Probe in einen Zustand gerät, dass man sie nur schwer beurteilen kann. Also ein berühmtes Beispiel, nicht aus der Dermatopathologie, ist ein Operationspräparat, das nicht fixiert wird und von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf der Heizung im OP steht. Das ist nicht günstig. Herr Professor Tornier, nochmal nachgefragt, Sie sprachen eben, oder Herr Bürich sprach von Einfärben, wenn Sie vielleicht den Verarbeitungsprozess nochmal ein bisschen genauer erläutern würden. Ja, gern. Also das Gewebe ist grundsätzlich erstmal farblos. Im Körper gibt es sehr wenige Pigmente. In der Haut hat man im Wesentlichen nur das Melaninpigment und den Blutfarbstoff, das gibt unserer Haut die Farbe. Das heißt, wenn wir den Schnitt anfertigen, ist er erstmal farblos. Und wir bringen in diesen farblosen Schnitt dann Falschfarben, die wir dann gewissen Gewebestrukturen zuordnen können. Ich habe Ihre Frage so verstanden, dass Sie auch wissen wollen, wer was macht in so einem Institut. Also ärztliche Aufgabe oder dermatopathologische Aufgabe dabei ist, das Präparat in einen Zustand zu bringen, dass es technisch bearbeitet werden kann. Also die Schnittränder abtrennen, das Gewebe teilen. Das ist ärztliche Aufgabe, genauso wie das Mikroskopieren und natürlich vorher die Gewebsprobenentnahme. Aber das machen ja unter Umständen andere als die Dermatopathologen und Pathologen selber. Also diese Dinge sind ärztliche Aufgabe, aber die Schritte dazwischen werden von technischen Mitarbeitern im Institut durchgeführt. Also das Aufbereiten der Probe in Form der Entwässerung. Es muss das Wasser aus der Probe entfernt werden über alkoholische Lösungen und dann schließlich das Einbringen über organische Lösungsmittel ins Paraffin, das Schneiden, das Färben mit wässrigen Lösungen. Also muss das Wachs, das Paraffin wieder entfernt werden und schließlich auch das dauerhaft haltbar machen. Dieser Präparate ist Aufgabe der technischen Mitarbeiter in einem Institut. Herr Professor Trenier, vielleicht nochmal nachgefragt zum Einfärben, Thema Falschfarben. Habe ich das richtig verstanden, dass wenn man diese Farben einbringt, die sich sozusagen an bestimmte Gewebearten setzen und damit bestimmte Dinge kennzeichnen? Kann man das nochmal genauer erklären? Also wir haben verschiedene Färbungen in der Diagnostik. Wir haben eine Standardfärbung, die wir regelhaft anwenden, die, wie Sie sagten, sich in der Farbgebung in verschiedenen Strukturen der Haut dann unterschiedlich stark sammeln, sodass diese farblich auch kontrastiert sind und wir die Strukturen voneinander unterscheiden können. Wenn wir jetzt an bestimmten Dingen, ich sage mal bindegewebigen Strukturen besonders interessiert sind zum Beispiel, gibt es dafür dann nochmal Spezialfärbungen. Wenn wir Erreger entdecken möchten, zum Beispiel Hautpilzerkrankungen, dann können wir die Hautpilze, die wir in der Standardfärbung nicht erkennen oder nicht gut erkennen, mit einer Spezialfärbung anfärben, sodass wir die Erreger eben lokalisieren und erkennen können. Die klassische Färbung ist, Herr Trondier hat es schon gesagt, die HE-Färbung, Hämatoxylin, Eosin. Das sind zwei Farbstoffe. Eosin ist ein alter Farbstoff, der ja auch zum Anfärben von Kleidungsstücken und anderen Dingen früher benutzt wird. Der gibt einen Rotton und das Hämatoxylin stammt aus der Rinde eines tropischen Baums, des Bauholzbaums und macht das Blau. Also im Wesentlichen sind zwei Farben darin vertreten, Blau und Rot. Aber es kommt nicht so sehr auf die Farben an, sondern mehr auf die Struktur. Gut, kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts. Patientinnen und Patienten haben uns Fragen speziell zum Thema Hautkrebs zugeschickt. Herr Professor Böhrig, gibt es eine vereinfachte Form, eine vereinfachte Version zu den histologischen Befunden? Also zum Beispiel Begriffe wie noduläres Melanom, da komme ich schon ins Stottern. Einen verständlich erklärten histologischen Befund, also um für die Patienten verständlich zu machen, welche Prognose es aus Sicht des Pathologen gibt. Ja, die histologischen Befunde haben eine bestimmte Struktur, an die Anforderungen gestellt wird. Das ist eine technische Sprache, eine technische Sprache, wie sie es auch in der Elektrotechnik und andervo gibt oder in der Fernseh- und Radiotechnik. Das ist etwas, was natürlich eine Aufgabe gewesen wäre für Edmund Stoiber, der ja bei der Europäischen Kommission mal die Aufgabe hat, unsere komplizierten Texte, insbesondere Gesetzestexte zu vereinfachen. Dieser histologische Befund mit seiner Struktur und seinen besonderen Begriffen wird ja dem behandelnden Arzt übermittelt. Und der behandelnde Arzt muss in der Lage sein, diesen Befund in die Sprache des Patienten zu übersetzen. Natürlich kann das besonders gut jemand, der zugleich behandelnder Arzt und Dermatopathologe ist wie Professor Trondier, dann ist es besonders leicht, das zu übersetzen. Aber auch ein Pathologe könnte das, wenn der Patient ihn anspricht, in eine Sprache übersetzen, die der Patient auch versteht. Aber diese histologischen Befunde werden ja auch alle Krebserkrankungen an die Krebsregister, an die nationalen und lokalen Krebsregister gemeldet. Und dafür ist es erforderlich, das einmal zu verschlüsseln. Daraus kann man schon eine Diagnose ablesen. Und zum anderen bestimmte Begriffe zu benutzen, die gefordert werden, damit das gut dokumentiert werden kann, in welchem Zustand, welchem Ausbreitungszustand zum Beispiel der Hautkrebs gewesen ist und andere Fragestellungen. Und darum muss der behandelnde Arzt sozusagen die Dienste eines Dolmetschers leisten. Es sind auch viele der Informationen, die wir in dem Befund geben, nicht wirklich relevant für den Patienten. Also das ist, wie gesagt, die Aufgabe des behandelnden Arztes, dem Patienten genau zu sagen, was ist nun konkret für ihn wichtig. Und der histologische Befund alleine bestimmt ja auch noch nicht die Prognose. Es kommen ja noch weitergehende Untersuchungen dazu, bildgebende Verfahren und andere Untersuchungen, unter Umständen Laboruntersuchungen, die dann letztendlich in der Gesamtheit dann erst ein Bild oder die Prognose abbilden können. Wie stellt man fest, dass eine Metastase von einem zehn Jahre zurückliegenden Melanom kommt und nicht von einem jüngeren, den man vielleicht noch nicht entdeckt hat? Das ist schwierig, muss man sagen. Wir wissen, der Prozess der Metastasierung kann Gewebe verändern. Wir versuchen immer, Ursprungsgewebe mit dem, also das Muttergewebe mit dem Gewebe der Metastase zu vergleichen, um dort morphologische Ähnlichkeiten zu finden oder eben nichts zu finden. Das ist aber nicht sicher zuverlässig. Die Zukunft wird es vielleicht bringen, dass wir einen genetischen Fingerabdruck des einzelnen Gewebes feststellen können und diesen genauso im Muttergewebe und in dem Gewebe der Metastase überprüfen können und dadurch vielleicht ein bisschen genauere Aussagen treffen können. Obligat für den Kliniker ist selbstverständlich, wenn ein Patient kommt und der eine Melanommetastase zeigt, dass wir ihn von oben bis unten sehr aufmerksam untersuchen und natürlich prüfen, ob ein Zweit-Tumor vorliegt, was insgesamt häufiger vorkommt als bei Patienten, die bislang noch kein Melanom hatten. Herr Professor Böhrig, eine andere Frage, die uns erreicht hat, lautet, wie kann eine Krebszelle zehn Jahre schlummern und dann erst wieder aktiv werden und wie passiert so was? Krebszellen in unserem Körper sind Gäste in unserem Körper, ungebetene Gäste. Und wie das mit ungebetenen Gästen so ist, sorgt die Abwehr des Körpers, die immunologischen Reaktionen sorgen dafür, dass, wenn es möglich ist, dieser ungebetene Gast entfernt wird aus dem Körper. Also es gibt Zellen, die dann diesen ungebetenen Gast attackieren und zum Absterben bringen. Nun kann es sein, dass ein Tumor schon gestreut hat, sodass man das noch nicht gemerkt hat und die Zelle irgendwo sich versteckt, verbirgt. Solche Zellen können lernen, sie können auch Eigenschaften erwerben, dass sie nicht als ungebetener Gast, dass sie nicht als fremd erkannt werden und können dann in irgendeinem Winkel des Körpers sozusagen in einer Art Winterschlaf gehen. Oder aber sie werden in Schach gehalten, aber nicht ganz getötet von der körpereigenen Abwehr. Nun kann es sein, dass im Laufe des Lebens sich die Abwehr ändert, also die Reaktionslage. Das ist ja etwas, was wir gerade aktuell diskutieren unter den Corona-Bedingungen. Wer ist in der Lage, auf die Impfung zu antworten und wer nicht und warum nicht? Und dies ist ein ähnlicher Vorgang und ein ähnlicher Prozess. Und wenn die Zellen in der Lage sind, sich der körpereigenen Abwehr zu entziehen und das langsam lernen, dann können sie irgendwann und auch nach zehn Jahren wieder aktiv werden und streuen. Das kennen wir von einzelnen Tumoren. Ein besonderes gutes Beispiel ist das Malin-Melanom. Ein anderes Beispiel ist der Brustkrebs. Eine bestimmte Form von Brustkrebs führt oft auch erst sehr spät zu Streuungen, also zu Metastasen. Das ist also ein Phänomen, das man sicherlich für den einzelnen Patienten nur schwer erklären kann. Aber generell ist es eben so, dass sich Tumorzellen der Abwehr des Körpers entziehen können. Das ist ja auch eine Frage dann, die für die Therapie relevant ist. Das große Problem der Chemotherapien, die wir früher beim Melanom angewendet haben, war, dass die Tumorzellen gelernt haben, diesen Chemotherapien zu entkommen. Also Mechanismen, dass sie eben nicht mehr auf diese Chemotherapie ansprechen. Die neuen Therapien sind eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, Schlüssel ins Schloss. Also so spezifisch, dass sie nicht entkommen können. Oder aber ein zweiter Ansatz, den wir sehr erfolgreich in der Krebstherapie verfolgen, ist eine Medikation, wo wir eben dem Immunsystem beibringen, auf Krebszellen zu reagieren. Und das ist natürlich wesentlich nachhaltiger. Und auf diese Weise glauben wir tatsächlich, auch Krebs heilen zu können. Wenn das Immunsystem so nachhaltig erkennen kann, dass Krebszellen vorliegen, kann es eben sein, dass schlafende Tumorzellen gar nicht mehr im Körper verbleiben können, weil sie eben so gut erkannt werden vom Immunsystem. Herr Professor Trondier, Sie haben gerade von neueren Methoden gesprochen, die sich gerade in letzter Zeit entwickelt haben. Stichwort Schlüssel und Schloss oder lernendes Immunsystem. Wenn Sie das beides noch mal ein bisschen genauer erläutern könnten. Ja, es gibt zwei wesentliche Therapiearme neben den klassischen Chemotherapien. Das eine ist die sogenannte zielgerichtete Therapie, also die personalisierte Therapie. Dort wird geguckt, welche liegen in den Krebszellen bestimmte Mutationen vor. Und wenn es uns gelingt, klassische Mutation ist BRAF, und liegt diese BRAF-Mutation vor, gibt es eine zielgerichtete Therapie oder eine Kombination zielgerichteter Medikamente, die genau diese Mutation treffen und somit genau auch diese Zellen treffen. Und da kommt eben der Schlüssel ins Schloss. Man muss sich das so vorstellen, dass da eine in den Zellen, in den Tumorzellen, eine Kaskade abläuft. Und das ist ein Verstärkungsmechanismus. Und es sitzt an der Oberfläche der Zellen oft ein Rezeptor, also eine Struktur, die in der Lage ist, Signale zu erkennen, die vermittelt werden im Körper. Und wenn diese Struktur zu viel, zu häufig oder verändert an der Oberfläche der Tumorzelle vorhanden ist, dann kann es sein, dass eine Kaskade in Gang gesetzt wird, die zum Schluss das Resultat hat, dass die Tumorzelle wächst, sich teilt, vermehrt und so der Tumor. Und der Schlüssel, von dem Herr Trondier gesprochen hat, der Schlüssel zum Schloss, ist ein falscher Schlüssel, der auf den Rezeptor sozusagen gesetzt wird, umgeschlossen wird und dann funktioniert es nicht mehr. Und damit bremsen sie das Wachstum der Tumorzellen. Verstehe. Okay. Aber Ziel dieser Methode ist es, das Wachstum zu bremsen, nicht die Tumorzellen zu zerstören. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Das ist auch ein mögliches Problem dieser Therapie, dass das Absetzen dieser Therapie dann zum Wiederkehren des Tumors führen kann. Ad 1, Ad 2 können die Tumorzellen auch lernen, diesen Mechanismus zu umgehen und eben einen anderen Signalweg zu gehen. Also nicht diesen klassischen, den wir jetzt schön zugeschlossen haben, sondern sie wählen eben einen anderen und sind dann eben leider auch wieder da. Deswegen ist für die Langfristigkeit auch dieser zweite Weg eigentlich der bessere, muss man sagen. Er ist unspezifischer, weil er eben nicht individualisiert ist. Sie aktivieren das Immunsystem. Sie aktivieren bestimmte T-Zellen, also das sind Lymphozyten, die für die Immunabwehr da sind. Und mit dieser Aktivierung machen sie sozusagen ihr Immunsystem auf diese Krebszellen aufmerksam. Und diese Immunzellen sind dann in der Lage, wirklich den Tumor zu zerstören, komplett. Und das funktioniert mitunter hervorragend, also dass Patienten komplett tumorfrei sind und auch bleiben. Diese Therapie gibt es jetzt seit zehn Jahren und wir gehen zumindest davon aus, dass wir einen Teil unserer Patienten tatsächlich geheilt haben, was früher leider nie passierte unter den klassischen Therapien. Problem dieser Therapie, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, dass sie das Immunsystem auch überstimulieren können. Und wenn diese Überstimulation stattfindet, dann haben sie mitunter starke Nebenwirkungen, die sogar lebensbedrohlich auch sein können, weil sie praktisch Autoimmunerkrankungen haben, wie eine kräftige Darmentzündung, also Durchfall. Sie haben Lungenprobleme, also Entzündungen der einzelnen Organe durch diese Überstimulation. Und dann muss man wieder sozusagen das wieder etwas abbremsen. Aber, und das jetzt zuallerletzt, wir wissen, dass die Patienten, die so reagiert haben, die diese Nebenwirkungen hatten, eine besonders gute Immunantwort auf den Tumor haben. Also die profitieren letztendlich auch von der Therapie. Ah ja. Noch mal genauer gefragt, wir unterrichten, bringen dem Immunsystem etwas bei. Kann man das einfach erklären, wie genau das funktioniert? Ist das wie bei einer Impfung? Werden da abgeschwächte Tumorzellen eingebracht, die dann gelesen werden? Nein, also diese Vakzinierungstherapien gibt es auch, dass man aus dem Tumor sozusagen die Tumorzellen Informationen nimmt und die verimpft. Das ist als Strategie bislang aber noch nicht so erfolgreich gewesen, wie diese eher unspezifische Immunstimulation. Sie müssen sich das einfach vorstellen, dass die für die Tumorantwort relevanten T-Zellen, also Lymphozyten, Blutzellen, so stark, die werden durch den Tumor normalerweise unterdrückt und sie entkoppeln diese Unterdrückung mit einem Antikörper. Also die Hemmung durch den Tumor wird aufgehoben, sodass diese Immunzellen wirken können oder ihre Arbeit machen können. Also die Tumorzelle zeigt eine rote Flagge und die rote Flagge wird von den weißen Blutzellen erkannt und attackiert und vernichtet. Vielen Dank, Herr Böhrig, vielen Dank, Herr Professor Tronnier. Vielleicht noch die Nachfrage, kann man Methoden kombinieren? Also würde hier gelten, viel hilft auch viel? Ja, nicht immer. Zum Teil ist das richtig. Es gibt zahlreiche klinische Studien zur Kombination dieser verschiedenen Medikamente und wir wissen, dass gewisse Kombinationen, sowohl bei den immunstimulierenden Medikamenten, das also zwei unterschiedlich, ein bisschen unterschiedlich wirksame Immunstimulantien bringen, in der Summe ein besseres Ansprechen, aber auch deutlich höhere Nebenwirkungen. Und da gilt es immer, wie immer in der Medizin natürlich abzuwägen, nutzen Risiko und welche Kombination nehmen sie. Man kann auch diese beiden aufgezeigten Arme der zielgerichteten Therapie mit der Immuntherapie kombinieren. Dort gibt es auch ganz hoffnungsvolle Ergebnisse in den Studien. Das ist für den Patienten auch natürlich sehr aufwendig, weil jede Therapie hat natürlich seine eigenen Nebenwirkungen und wenn Sie die Kombination dann sehen, gilt auch hier eine sorgfältige Abwägung, was dort passieren kann. Aber ich bin sicher, da wird etwas, werden Kombinationen für die Behandlung zugelassen werden in Zukunft, ja. Herr Professor Böhrig, uns hat noch eine Frage erreicht. Können Metastasen allein streuen, auch wenn kein Primärtumor gefunden werden kann? Metastasen sind schon Streuherde. Also wenn ein metastasiertes Stadium vorliegt, hat ein Tumor gestreut. Wenn man den Tumor nicht findet, kann das natürlich verschiedene Ursachen haben. Eine Ursache ist, dass der Primärtumor, der Anlass zur Streuung gegeben hat, sich zurückgebildet hat. Das ist etwas, was man beim malingenden Melanom durchaus sieht, denn es ist ja eine typische Situation, dass man Melanom-Metastasen findet und gelegentlich keinen Primärtumor. Und das funktioniert wahrscheinlich ähnlich wie die geschilderten Mechanismen mit der körpereigenen Abwehr, dass ein Primärtumor in der Haut dann zugrunde geht. Eine zweite Möglichkeit ist, dass man den Tumor noch nicht gefunden hat und entsprechend ausführlich suchen muss. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich, dass es bei einem Tumor, der entnommen worden ist, nicht erkannt worden ist oder, ich sage ganz bewusst, nicht erkannt werden konnte, dass er ein solches biologisches Verhalten an den Tag legen wird, dass er metastasiert. Gerade bei pigmentbildenden Hauttumoren gibt es eine Gruppe von Tumorerkrankungen, die sehr schwer einzuordnen sind, von denen man, auch wenn man das Muster richtig erkannt hat, nicht genau sagen kann, wird er metastasieren oder wird er nicht. Das lässt unsere Technik noch nicht im Einzelnen wirklich zu. Also Metastasen können auch weiter streuen, aber wenn Metastasen vorhanden sind, muss eigentlich irgendwo ein Primärtumor sein oder gewesen sein. Das sind etwa fünf bis zehn Prozent aller Fälle. Also das ist etwas, was wir beim Melanom relativ häufig haben und wir untersuchen die Patienten ja dann in den Kliniken von Kopf bis Fuß durch und auch, sage ich mal, in den entsprechenden Körperhöhlen, in denen Melanome entstehen können, die werden eingesehen und wir können den Primärtumor nicht lokalisieren. Also kein seltenes Ereignis. Herr Professor Trenier, vielleicht an der Stelle nachgefragt, wie unterscheidet man einen Leberfleck von einer Metastase auf dem Lymphknoten? Das kann schwierig sein. Wir hatten ja anfangs gesagt, dass wir bei dem operativen Vorgehen den sogenannten Wächter-Lymphknoten entfernen. Das heißt, das ist die erste Filterstation ab einem gewissen Tumorstadium, dass wir die erste Filterstation auf dem Lymphwege mitentnehmen aus diagnostischen Gründen, um zu sehen, sind dort Tumorzellen vorhanden. Und da gilt genau diese Frage, da müssen wir eben schauen, sind das gestreute Tumorzellen oder gibt es in diesen Lymphknoten tatsächlich gutartige Pigmentzellen, also sogenannte Leberflecken? Und das ist bekanntermaßen bei Melanom-Patienten auch häufiger. Also die haben in den Lymphknoten auch häufiger gutartige Ansammlungen von Pigmentzellen. Und richtungsweisend ist neben, sage ich mal, der Zellgestalt als solcher, es ist eine atypische Zelle, sieht die komisch aus, groß, die Kerne unregelmäßig, das ist das eine. Aber die Lage der Zellen ist ganz entscheidend. Wo im Lymphknoten sind diese Pigmentzellen angesiedelt und wie verteilen sie sich? Also es gibt sehr gute Hinweise. Eine hundertprozentige Unterscheidung ist manchmal nicht möglich. Herr Professor Böhrig, sind nach der Gewebeprobeentnahme die Krebszellen noch aktiv? Krebszellen in einer Gewebsprobe, die irgendwo durch Biopsie oder durch chirurgischen Eingriff entfernt worden ist und dann fixiert sind, sind nicht mehr aktiv. Die sind abgestorben durch die Fixation abgestorben. Krebszellen können natürlich im Körper verbleiben. Wir hatten darüber schon gesprochen, dass irgendwo Krebszellen schlummern können. Die können später aktiv sein. Aber das Ziel der ganzen Angelegenheit der chirurgischen Behandlung solcher Hauttumoren ist ja zunächst mal alles zu entfernen. Aber bei dieser Gelegenheit muss man natürlich auch sagen, noch besser als behandeln ist Vorbeugen. Und Vorbeugen, dazu gibt es bei der Haut auch etwas. Und Herr Professor Trondier wird sicherlich etwas sagen können zum Hautkrebs-Screening. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich halte es auch für sehr wichtig, dass der hier noch angesprochen wird. Das ist eine Aufgabe, der wir sehr regelhaft in den Kliniken und Praxen nachkommen, dass wir ein Hautkrebs-Screening machen. Das ist auch gesetzlich verankert und steht den Patienten ab einem gewissen Lebensalter zu. Und läuft folgendermaßen ab, dass der Patient eben in der Regel alle zwei Jahre, so sieht es der Gesetzgeber vor. Bei auffälligen Patienten machen wir es aber häufiger, jährlich sogar manchmal alle sechs Monate, bei schon Erkrankten, dass wir das gesamte Hautorgan uns anschauen. Alle Pigmentflecken mit dem bloßen Auge, aber auch mit der Lupe genau untersuchen. Bei Vorerkrankten die Lymphknoten tasten und gegebenenfalls auch Befunde dann digital dokumentieren, um sie dann im Vergleich mit den Voraufnahmen vergleichen zu können, ob eine Veränderung in einem Pigmentfleck stattgefunden hat oder eben nicht. Und es gilt grundsätzlich bei den Pigmentflecken, dass wir sehr aufmerksam sind und im Zweifelsfalle, wenn wir nicht sicher sind, ob eine Bösartigkeit vorliegt, auch zur Entfernung dieses Pigmentmals raten. Vielen Dank, Herr Professor Tronnier. Vielen Dank, Herr Professor Bürich. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war die fünfte und letzte Folge unseres Pathologie-Podcasts. Wir hoffen, wir konnten die meisten Ihrer Fragen beantworten und Ihnen unser Thema auf eine anregende und bereichernde Art und Weise nahe bringen. Auf Wiedersehen und alles Gute für Sie.